Der Taschenmessschieber von 0 bis 150 mm ist folgendermaßen ausgestattet. Er hat eine doppelte Skala und zwar in metrisch und in Zoll, hat eine Momentfeststellung, somit ist der Schlitten arretiert auf der Position, wo ich ihn dann löse. Geeignet ist der Messschieber für Außenmessungen, für Innenmessungen, Stufen- und Tiefenmessungen. Auf der Rückseite befindet sich eine Gewindetabelle und er ist gefertigt aus rostfreiem Stahl. Um den Messschieber geschützt aufbewahren zu können, wird er in dieser praktischen Tasche geliefert.